Du weißt nicht, wie du zu den schönsten Sehenswürdigkeiten Leipzigs kommst? Du hast kein Bargeld, brauchst aber eine Fahrkarte? Du musst dein Auto stehen lassen und suchst nach einer Möglichkeit, nach Hause zu kommen? Kein Problem mit EasyGo, der neuen kostenlosen Handy-Applikation der Leipziger Verkehrsbetriebe. Ob aktuelle Fahrplanauskünfte, optimale Routenplanung oder der mobile Ticketkauf, mit dieser Anwendung bist du ganz easy unterwegs. Du bist zu Besuch in Leipzig und willst die schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt besichtigen? Mit EasyGo kommst du im Handumdrehen zu den Highlights der City. Aber ich wollte mir schon immer mal das neue Messegelände ansehen. Schauen wir doch mal, wie wir da hinkommen. Nachdem du Start- und Zielhaltestelle eingetippt hast, erscheinen die schnellsten Verbindungen auf dem Display. Zu deiner Route gibt es eine Detailansicht mit allen Streckenabschnitten, Linien und Haltestellen. So weißt du genau an, welcher Haltestelle du umsteigen musst. Vollkommen problemlos zu den schönsten Orten Leipzigs. Dann machen wir los. Dann machen wir los. Okay. Komm. Untertitelung des ZDF, 2020